Hey Leute, was geht ab? Hier ist Stefan von den Schwarz und ich gebe euch jetzt ultimative Tipps, wie man ein Festival erfolgreich überlebt. Okay, Schritt 1. Ihr braucht auf jeden Fall Band-Merchandise, ganz wichtig. Schritt 2. Ihr braucht eine Kutte. Sieht so aus, mit ganz vielen Aufnähern. Die werft ihr euch über. So. Und wenn ihr die anhabt, seid ihr jemand. Okay, die meisten Festivals sind natürlich draußen. Wir befinden uns hier heute aber vor dem Haus vom Bevor alles zerbricht Festival von den Schwarz. Da gehen wir jetzt mal rein. Auch ganz wichtig, wenn man zum Festival geht, auf jeden Fall Wegbierchen mitnehmen. Immer Dosen, auch ganz wichtig. Okay, hier geht es anscheinend rein. Wir sind noch relativ zeitig, aber das wird alles. Und um auf ein Festival zu kommen, braucht ihr natürlich ein Ticket. Auch ganz wichtig. Müsst ihr mal zusehen, dass ihr euer Bier unterwegs leer kriegt. Wenn nicht, freuen sich die Panzer noch drüber. Okay. So. Ganz wichtig ist immer, freundliche Security auf dem Festival zu haben, ja. Und dann, ganz wichtig, wenn ihr auf dem Gelände seid, erst mal Bier trinken. Moin, Meister. Was machst du denn da? Moin. Ich hätte gerne ein Bierchen. Faktor wieder drin. Danke dir. Prost. Na dann, mehr gibt es eigentlich nicht zu wissen. Dann geht ihr mit eurem Bierchen zur Bühne und gönnt euch die Bands. Prost, Freunde. Alles wieder normal. Alles wieder normal.